Mobile Geeks' coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. In dem Fall ist es ihnen dann auch gelungen, zumindest mit Kyocera einen Hardwarepartner zu finden, der anscheinend sehr, sehr großes Interesse an diesem Produkt hat. Da wird nichts anderes gemacht, als zwischen das Displaycover und das eigentliche Display noch eine Ebene einzuschieben, die eben Solarzellen enthält sozusagen und dementsprechend das Telefon bei Lichteinfall einfach lädt. Man lässt es im Freien liegen und dann lädt das Ganze. Die Frage ist aktuell noch, wie effektiv und wie gut das Ganze funktioniert, aber Fakt ist, es funktioniert auf jeden Fall. Wenn ich hier also meine Hand drüber halte, dann sieht man, dass das Gerät dann einfach aufhört zu laden. Im Grunde handelt es sich noch im Augenblick um einen relativ frühen Prototypen. Wir haben es ja also, so wie es aussieht, mit einem 4 Zoll großen Display zu tun. Die Auflösung ist nicht die allerhöchste, aber es geht ja eben darum, die Technik zu demonstrieren. Und wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, dann sieht man auch, dass das Ganze noch relativ stark spiegelt. Das dürfte dann unter anderem eben an der Zwischenebene liegen, die da auf dem Display noch drauf liegt. Außerdem ist die Farbwiedergabe noch nicht ganz optimal. Es wirkt alles leicht eingetrübt in dem Fall. Und wir können ja mal wieder zurück in die App wechseln. Ich kann zu den Spezifikationen des Telefons nicht allzu viel sagen, außer dass es natürlich ein Rugged-Gerät ist, denn darauf hat sich Kyocera ja ausdrücklich konzentriert und bringt solche Geräte professionell sozusagen auf den internationalen Markt. Für die meisten Kunden dürfte es vor allem deswegen interessant sein, weil man das Gerät eben auf Arbeit oder zum Beispiel einfach auch in der Freizeit irgendwo hinlegen kann und dann eben nicht großartig darauf achten muss, ob man den Akku lädt. Wie gesagt, alles davon abhängig, ob die ganze Sache denn wirklich effektiv schon lädt. Das war ein kurzer Blick auf den Kyocera-Prototypen mit dem Solardisplay sozusagen, der ohne großartige Beeinträchtigung zumindest des Nutzungskomforts, also die Big-Winkel gehen hier zum Beispiel auch noch ganz in Ordnung, aber es wirkt dann doch noch ein bisschen trübe. Vielleicht irgendwann mal, weil hoffentlich auf den Markt kommt und es nicht mehr allzu viele Jahre vergehen, bis die von SunPartner entwickelte Technologie auf breiterer Front in Smartphones Einzug hält. MobileGeeks' coverage of MWC 2015 is powered by ASUS.